Einen wunderschönen guten Abend liebe Leute und willkommen zu diesem Final Fantasy 7 Remake-Stream. Erstmal vielen Dank an Square Enix für das Bereitstellen des Codes und eines super epischen leuchtenden Wandbilds. Guckt euch das unbedingt auf meinem Instagram-Account an. Sehr, sehr geil. Deswegen auch der Hashtag Add im Titel. Square möchte das so, der Stream ist nicht bezahlt oder so, aber der Code ist halt wie bei allen anderen Publishern auch gestellt worden und offenbar gibt es da neue Regularien, da habe ich kein Problem mit. Ich erkläre es euch nur, damit ihr da auch Bescheid wisst, warum ausnahmsweise mal Add im Titel steht. Später werde ich es wahrscheinlich in die Beschreibung packen, aber sicher ist sicher, denn wie gesagt, Square will es so. Alles kein Problem. Ich habe das Spiel tatsächlich schon ein bisschen verfolgt. Ich habe es mindestens zweimal, wahrscheinlich sogar dreimal auf Messen gespielt, unter anderem E3, aber auch auf dem Preview-Event jetzt vor... Wann war das? Vor zwei Monaten? Oder vor einem Monat? Bin mir nicht mehr sicher. Auch dazu ein sehr, sehr geiles Instagram-Bild, was ihr bestimmt schon gesehen habt. Das war wirklich anlass krass. Ich glaube, das zeige ich jetzt sogar ausnahmsweise mal hier in die Kamera für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Square hat nämlich einfach mal das Schwert von Cloud in echt umgesetzt. Hat ungefähr 6.000 Euro oder so gekostet, haben die mir mal gesagt. Und jeder durfte dann ein Bild damit machen. So sah das aus. Ist wahrscheinlich eh wieder nicht scharf, die Scheiße, ne? Ach, Schmutz. Kann mal ein Moderator bitte die ganzen Bilder in den Chat posten, dann könnt ihr es euch kurz anschauen oder später. Wobei Instagram auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Also ihr werdet es finden, wenn ihr es finden wollt. Ähm, hat mir bislang immer sehr, sehr gut gefallen, was ich davon gespielt und gesehen habe. Nichtsdestotrotz bin ich Final Fantasy-Neuling, hab da überhaupt keinen Überblick, aber die Reihe gibt es schon ewig und ist quasi die RPG-Reihe. Final Fantasy VII ist so beliebt, weil es das Genre nochmal neu definiert hat und unglaublich krass ist. Und jetzt gibt es ein Remake davon. Das Original kam im Jahr 1997 raus. Und wie gesagt, ich bin ein Neuling, deswegen möchte ich jetzt ein paar Infos ablesen. Es sei mir erlaubt an dieser Stelle, damit ich keinen Quatsch erzähle. Ähm, Final Fantasy VII Remake ist eine Neuinszenierung des Kultspiels. Ähm, und diesmal wird etwas tiefer auf die Welt und die Charaktere eingegangen. Ähm, ja. Und ein neues Hybrid-Kampfsystem, das Echtzeit-Action mit strategischem Befehl basiertem Kampf verbindet, wird es in diesem Spiel geben. Ist jetzt natürlich viel PR-Text, aber ich lese das einfach mal so vor, ja. Findet ihr auch alles in der Videobeschreibung. Ähm, vielleicht kurz zur Story des Spiels selbst. Die Welt ist unter die Herrschaft der Shinra Electric Power Company gefallen, einem teuflischen Konzern, der die Lebenskraft des Planeten selbst in Form von Mako-Energie in Beschlag genommen hat. In der Megalopolis Midgar, ist auch eine Sage oder in Super Smash Bros. leistet eine Anti-Shinra-Organisation namens Avalanche Widerstand. Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit-Soldat und jetzt ein Söldner-Hilftegruppe. Ihm ist nicht klar, welche epischen Konsequenzen ihn erwarten. Aber stürzen wir uns jetzt mal in diese epischen Konsequenzen, würde ich mal vorschlagen. Cloud ja auch ein spielbarer Char in Super Smash Bros. Also selbst aus Nintendo-Sicht ist hier einiges an Verflochtenem geboten. Schon 200 Likes? Echt cool, freut mich. Sally, danke fürs Hinweisen. Noch gar nicht drauf geschaut. Äh, jetzt würde ich aber sagen, starten wir endlich mal, oder? Let's go! Starteinstellungen, Schwierigkeitsgrad normal. Man kann auch auf einfach spielen, soll aber zu einfach sein, sagen einige. Also, naja, muss dann vielleicht nicht sein. Allerdings sind tatsächlich Bosskämpfe in Final Fantasy super, super schwer und super, super lang. Gibt aber auch einen klassischen Modus. In diesem Modus kämpfen die Charaktere automatisch und du kannst dich ganz auf die Auswahl von Kommandos konzentrieren. Das Niveau der Kämpfe ist wie auf dem Schwierigkeitsgrad einfach. Also ist halt wie das Spiel von damals, 1997, wo du einfach nur die ganzen Kommandos auswählst. Aber jetzt ist eben alles Live-Action-Gameplay-mäßig, yeah. Und das gucken wir uns natürlich an. Los geht's. Square Enix presents Director and Concept Design, Tetsuya Nomura Bitte nicht nochmal japanischen Namen. Co-Director Game Design and Programming, Naoki Hamaguchi Uchiguchi Co-Director Scenario Design, Motomu Toriyama Alter, das sieht so geil aus, oder? Story and Scenario Kazushiki Noshima Music Musasashi Hamahusu Und der andere Typ, der zu schnell weg war. Okay, ich höre schon auf. Doch Gracias que做. Bild Western Wald in Manhunt Devon Also können wir uns gerne um idea zum Fahren auf. Ja. Das ist die Betановung an Eagle schmerzen. Martin Untertitelung des ZDF, 2020 Sie ist hübsch. 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 japanisches Spiel. Sie ist hübsch. 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 Sie ist 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 hübsch. Ich hübsch. Sie ist 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 hübsch. Hübsch. Sie ist hübsch. Sie ist hübsch. Sie ist hübsch. Es gibt hübsch. Sie ist hübsch. Sie ist hübsch. Hübsch. Sie ist hübsch. 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 Ich wünschch. Hübsch. 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 Hübsch.